Kommt da was? Kommt hier mal gar nichts. Klapp was? Jawohl, der geht nur da. Ah, ihr habt das erste Blut vergossen. Dann lass uns gehen. Wie ging das Bob? Sonder gepackt und kann. Oh, der hat mich angeschlippert. Ich glaube, ich sterbe jetzt. Ah, ich hab mal gar nichts noch gekriegt. Aber wir kommen gleich wieder, bitte. Ja, in der Mitte haben wir gleich. Wollen wir unser Camp hier schon holen? Ne, ne? Ja doch, doch, macht man, macht man. Wenn wir uns gerade hier so alle treffen. Eine hervorragende Wahl. Lass kurz Mitte gehen und dann gehen wir Bot Camp holen. Aber nur die Waves machen. Das ist erst der Anfang. Ja. Ach, sorry. Oh, 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 oh. Wähle ein Talent. Wähle ein Talent. Oh ja, hier ist ein Kaltusat. Ja. Die Schweine werden bald aktiv sein. Keine Kulung. Nein, ich bin geslowed. Ich kann nur den schieben. Okay, lass wieder Bot rotieren. Ja, wenn wir viel rotieren, dann kann Kaltusat auch keine scheiß Stacks bekommen. Der hat, glaube ich, erst einen Stack. Oh, neun hat der schon. Vorwärts. Aktiviert den Schrein und vernichtet seine Wächter. Der Bestrafer wird den brennenden Höllen dienen. Ah, ich bin down, ich bin down. Ist das schön. Deswegen, dass im Early-Game, also bis Level 20, das ist deswegen unfassbar krass stark. Hm. Was mein, ich kann die Brunnen fetteln. Ja, die Brunnen wäre ganz gut. Wenn ihr mal alle macht. Gibt ihr was? Na, der Malganus ist low. Ich pick ihn nicht. Hm. Oh, da haben wir auch nicht gestreckt, jetzt. Oh, da haben wir auch nicht gestreckt, jetzt. Der Kinsack? Nein. Äh, backlight, backlight. Komm zurück, komm zurück. Naja, ich kann nicht. Die Sonne, erleuchtet meinen Pfarr. Also, wir dürfen die... Wartet mal mit euren Cooldowns. Wenn der Jumpt leicht, dann jumpen die quasi hinterher. Lass die Truppen der Engel zu. Außer diese Medium-Gremit-Packet, dann kommt er auch. Und selbst römert sie! Ja, ist ja. Sonja, kannst du auf die Lanes wieder gehen? Ja. In der Tat. Da ist Bestrafer der Beste. Hm. Da ist er auch. Unser Bestrafer wurde niedergebetselt. Anleitung, anleitung. Wollen wir deren Camp-Clone? Nur noch die Waves und dann bieten die Mitte. Ich bin nicht, mach die Mitte. Ich bin nicht, mach die Mitte. Ich bin nicht, mach die Mitte. Da waren nämlich grad noch welche Probleme. Dann können wir im Bot-Camp auch wieder gehen. Wunde erst mit die ersten Mitte. Das ist ganz viel E.T. Ja, ich komm zum Bot-Camp. Ja, perfekt. Ja, wie schön, ich bin gestackt. Läuft wie schnell. Hast du denn bitte die Stacks bekommen? Ja, die Globes gehen schnell. Bei zwei Lanes und den Camps hat das... Guck mal, jetzt gehst du noch mehr dazu. Die Wunderscale 2-Set in der Mitte. Vor allem der Gegner hat seine Dinger nie eingesammelt, weil wir halt immer gut mitten auf der Wave standen. Welch schwaches Fleisch! Gut, dass es entsorgt wurde. Wenn ich schieße, brennt die Luft. Das haben wir Kultursage gekriegt. Welch ein Talent! Wollen wir hier unser Camp nur holen? Ne, den wir gegen den Bot, den da sind wir holen. Hallo, Nasido! Ich sehe, du bist jemandem einen roten Auge. Oh mein Gott! War so ein Geil. Die Mitte, Mitte, Mitte! Eure Leidenschaft im Kampf ist beeindruckend! Der Malkalis hat versucht, irgendwas zu zünden und noch mehr anders. Ich habe sie beide Muster angekriegt. Das ist ein Geil. Lass mal gucken, hier kommt gleich was. Da gehen wir das einfach. Oh, oh. Ein Schwein lädt sich auf! Erobert ihn in meinem Namen! Seht eurem Tod ins Auge! Ja, ich muss einmal im Becken. Ja, gut. Ich würde auch einmal, obwohl ich kann Brunnen tappen. Dann lass mal hier unser Camp machen, oder? Ja, go, go. Objective. Achso, stimmt. Ja, gut. Ja, gut. Ja, gut. Ihr dreist euch mich auf! Ihr wisst, was zu tun ist! Tötet die Wächter! Und entfesselt den Bestrafer! Dill! Es ist immer schön splitten, dass deswegen mich uns alle erwischt mit seiner Kamera. Ah, shit, 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 shit. Wo sie das macht. Scheiße. Na, super, super. Die sind ultra low, die müssen alle weggehen. Schalt, säftig. Ich erfordere mich, dieser Schatz. Ich muss tappen. Vielleicht die Nassi tun mal. Ich bin gestorben, Alter. Das war zu blödig. Ich muss schauen. Oh, ich glaub, die kriegen's. Ich bin da auch sehr low. Alle hinter die Mauer. Ja, dann portet einfach. Wir können teleporten. Wir können auch das mitport abgeben. Okay, oder? Ich mach' das mit. Oh man, das ist schon falsch. Ich hab' überlebt. Oh man, das ist schon falsch. Oh Scheiße, hat er mich gut erwischt, der Drehkommel. Ich hätte ihn vielleicht verfolgen sollen, ich wäre sowieso gestorren. Zweite Mal gestorren. Ach komm, da zieht er mich zusammen. Wir machen bestimmt den Camp. Wollen wir ihn machen? Oder sollen wir allein? Ja, lass killen. Ja, lass mal zum Bot Camp gehen, da ist bestimmt der eine Siegung. Ja. Ja. Den können wir noch abfangen. Oh, verfehlt. Oh Scheiße, der ist tot, der ist tot. Der wird zukünftig die Radieschen von unten betrachtet. Hat er das schon befindet? Komm, wir können fighten, wir können fighten, die sind unterteilen. Ja. Genau, äh, halt drüber. Ja. 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 Wir waren gar nicht überall. Sorry. Wir waren 4 gegen 4. Ich brauche Talents 16, die Range endlich. Ja, ich brauche auch 16. Dann kann ich doppelt rüberheben. Ja. Ja. Das ist das mit Halbkeil. Das ist satt. Das ist so leicht. Diese Tag wird mir zum Ruhm bereichen. Im Schrein sammelt sich Energie. Nach oben gehen? Ja, ne? Geh nach oben. Mach das Kant kaputt. Mhm. Ja, wir machen den mit und dann kommen wir an. Ich danke euch. Pass auf, Top. Warte, bis wir da sind, Top. Wir werden die Himmel in den Abgrund stürzen. Ja, ich hoffe zu ihr, jetzt waren wir 16. So, jetzt wollen wir alles anzünden, wa? Oh, Anna ist irgendwie so hier. Gut, mehr Dünger. Oh, fuck. Oh, shit. Der Blutrausch hat sein Ende gefunden. Krass, alter. Der Keltus hat, wird so langsam zum Problem. Bleib dran, bleib dran. Sehr schön gedreht. Ich wollte gerade sagen, der Nazivo ist very low, ne? Ich hol mir den gleich. Ich glaube, wenn er clever ist, ist er zurückgegangen. Oh, er kommt wieder rein. Sehr schön. Der war geschenkt. Dann macht ruhig schnell einen Backport, ihr beiden. Dass ihr früher habt hier seid, könnt ihr gleich pushen. Racen zu... Die Anna, die Anna ist unten schon wieder, ne? Ja, sowieso mal. Aber ich glaube, die hat keinen Bock. Nein, die geht in die Mitte, okay. 20 wird auch noch mal wichtig. Also 20 kann ich mich teleporten und den Keltus hat, weil ich mir richtig schöne Vorlage für den Keltus hat. Was geht's los? Ach, scheiße. Oh, Schatz, Schatz, Schatz. Okay, wir dranbleiben. Schade. Jetzt kommt ihr wahre Macht zu spüren. Oh man, das habe ich hier im Blick schlafen. Ich habe auf den Keltus hatten geguckt. Machen wir 1 zu 1. Ah, wie knapp. Okay, komm, das noch ein. Ist das beim Mitteldeffen oder mit Vortoren oder was? Ah, wunderbar. Oh, da ist Nazibu. Nein, ist die nur ein Monster. Der Nazibu hatte auch keinen Bock mehr, da. Das war eine ausgezeichnete Halt. Dann können wir doch bestimmt noch einen Kill holen. Das soll ja, du kannst Top-Camp von den Gegnern machen. Wenn die da nicht sind. Die sind da bestimmt. Na dann kriegen wir Bot-Keep. Ich schenk gleich eine Eule. Oh nein, 20. Nein, ich habe mich verkriegt. Nein, ich habe das Verständnis gekickt. Nein, so nötig. Ja, die sind da am Top-Camp. Ja, geil. Ja, noch mal ran. Ich habe ihn, ich habe ihn, ich habe ihn. Ja. Wir sind tief. Ey. Diablo-Marc ist schief. Gut, dass es entsorgt wurde. Okay, Backpack. Raus, raus, raus. Das soll ja helfen in der Mitte. Backpack. Das Puschen mit der Trin war nur Ball. Dann war nächstes Objektiv ist Mitte und dann kann man mit Mitte beenden. Uff, sag ich rein, hinten. Oh, lass mal raus. Ne, wir geh nicht raus, wir geh nicht raus. Wir sind 20, wir haben Vorteil. Du kannst nicht auf den Drammen springen. Boah, stark! Stark! Ich bin hier noch Finischen hierzu. Lass mal weiter drücken. Vielleicht bin ich noch Finischen. Ich kann nicht mal richtig heilen. Na Sigo, na Sigo? Ja, ich bin so. Boah, stark, Hammer. Das hat dir gefallen. Ja, jetzt bin ich aber tot. Nein. Und wir pushen, wir pushen. Das holen wir uns, das Keep. Ja, ich bin recht lau. Mir entkommt niemand. Der nächste Schleim wird halt aktiv sein. Komm, komm, Keep, 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 Keep. Ich zütze sie einfach immer nur wieder an und die Backmessung. Er ist los und dann halt was. Das war kein Heal. Ja, sorry. Scheiße, schade, 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 schade. Ähm, ich glaube, ich bin schon Top und Camp hätte ich gesagt. Dann macht ihr das Camp, ich mach die Top-Plan. Helden, entfasselt den Bestrafer. Er soll unsere Feinde in Stöcke reißen. Hahahaha. Schon ganz schnell objective. 47 gelobt hab ich schon. Objektiv, objektiv, objektiv. Okay, hier, hier. Scheiß auf die kleinen Piss-Camps, die bringen gar nichts. Oh, da kommt mal gar nichts an. Da ist er, da ist er. Ja, genau. Oh, Scheiße. Ich bin recht low. Ja, dann lass uns gehen, lass uns gehen. Wir warten noch, Sonja. Wir können das Objektiv problemlos abgeben, ne? Wir können das einfach abgeben, das Objektiv. Das kein Problem. Abgeben würde ich nicht, aber kurz in Pause und jetzt wieder rein. Okay. Ich hab Keltosat. Keltosat ist fast tot. Das war wohl persönlich. Sehr schön. Ja, jetzt nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben, nur nicht sterben. Na, Garnis hinten? Verstehen? Wieso? Weißt du, oben, oder? Ah ja, ganz richtig. Mach einfach Objektiv und vermischen. Ja, ja, zack. Wir halten hier, Sonja und ich halten ein bisschen die Gegner. Eine Festung ist gefeiert. Der wird zukünftig die Radieschen von unten. Nee, der wurde nicht noch geworfen. Die letzten Gems verdienen. Oh, okay, okay. Klar, klar. Ein ludiges Kopf. Hahahaha. Gut. Dieser Arkarn-Bestrafer wird seinen Zweck erfüllen. Ja, GG, ne? Guck mal auf die Mini-Map. Das sieht schon natürlich gut für uns aus. Mir entkommt niemand. Wir können trotzdem hier die Schuld in die Schuhe schieben. Für den Sieg. Ja, was stimmt. Für den Sieg. Für fünf Niesen Tode. Ja, mein Gott, stattdessen der Kaltusat, Alter, der burstet einen halt so weg, ne? Ich danke euch. Aus, aus. Und dann machst du halt nix, ne? Ja, vor allen Dingen, die hatten ja auch so eine Scheiß-Kombo für diese Punkte. Kaltusat profitiert. Deathwing hat mega profitiert. Deswegen haben wir auch diese ganzen Fights auf den Engstern verloren. Ja, viele. Das war echt... ...nervendig. Nice. Danke, 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 danke. Ja, von mir gibt's da auch Veteran der Ende. Aber eigentlich wollte ich Nasibo ehren. Weil er der Schlechteste war. Jetzt kannst du's auch nicht sagen. Er hat halt immer nur Pech gehabt, dass er halt alleine da stand und viel überrannt hat, ne? So kann man's auch sehen, ja. Na, eins mach ich noch. Aber dann bin ich raus.